Tee, Kaffee, Mord, Folge 8, zum Ersten, zum Zweiten und Tod von Alan Barksdale. Es liest Vera Telz. Prolog, in dem sich zeigt, dass man einem geschenkten Gaul besser doch ins Maul schauen sollte. Erl's Raven 1988, an einem verregneten Nachmittag im Haus der Stevensoons. »Ja, ja, ich hab verstanden«, sagte Ron Stevenson. »Auf Wiederhören.« Dann legte er den Hörer auf und stand eine Weile neben dem Sideboard, den Blick auf die klobigen Tasten gerichtet. »Wer war das, Schatz?« rief seine Frau Susan aus dem Wohnzimmer. Bevor er antworten konnte, jubelte sie, »Wow, Steve Davis hat den Frame geholt!« »Himmel, war das aufregend!« »Mhm«, machte Ron, ohne wirklich hinzuhören, ging in die Küche und nahm die Whiskyflasche aus dem Schrank. Dann griff er nach einem Glas, schenkte ein und gönnte sich einen großen Schluck, um seine Nerven zu beruhigen. Es half nicht, also musste ein zweiter Whisky her. Die Wärme, die sich in Rons Körper ausbreitete, hatte etwas Wohltuendes und wirkte gegen die eises Kälte, die ihm in die Finger gekrochen war, als er dem Anrufer zugehört hatte. Drei Jahre waren vergangen, in denen er lange mit einem solchen Anruf gerechnet hatte, bis das Thema irgendwann nahezu in Vergessenheit geraten war. Wenn er schon einmal bei seltenen Gelegenheiten daran gedacht hatte, war er der Überzeugung gewesen, dass sich das Thema längst erledigt hatte. Vermutlich hatte sich der Anlass für einen Anruf in Wohlgefallen aufgelöst. Ganz gleich, was der Grund gewesen sein mochte, niemand hatte ihn angerufen. Bis heute Abend. Jetzt war mit einem Mal alles anders. Aus der Möglichkeit, die er mit der Zeit für immer unwahrscheinlicher gehalten hatte, war nun doch noch Wirklichkeit geworden. Er stellte das Glas in die Spüle und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Dann setzte er sich zu seiner Frau, die immer noch gebannt der Snooker-Partie im Fernsehen folgte. Erst als er auch auf den x-ten ihrer Kommentare zum Spiel nicht reagierte, drehte sie sich zu ihm um und sah ihn an. Stimmt was nicht? fragte sie besorgt. Wer hat denn angerufen? Das willst du eigentlich gar nicht wissen, murmelte er und starrte mit leerem Blick auf den Bildschirm, auf dem eine weiße Kugel über einen riesigen grünen Spieltisch rollte und eine rote Kugel traf, die unter großem Beifall des Publikums in einer Ecktasche verschwand. War das etwa? begann sie. Ron nickte schwach. Sie musste nicht weiterreden, beide wussten sie nur zu genau, was gemeint war. Seufzend ließ Susan sich nach hinten sinken. Ich hab ja gleich gesagt, dass wir uns darauf nicht einlassen sollten. Du hast gesagt, dass wir uns darauf nicht hätten einlassen sollen, korrigierte er sie. Den Haken an der Sache hast du genauso spät erkannt wie ich. Und jetzt werden wir damit leben müssen. Susan ließ den Kopf auf die Rückenlehne sinken. Können wir nicht einfach? Nein, können wir nicht, unterbrach er sie. Er wusste, was sie hatte fragen wollen. Er wusste es, weil sie das Thema am Anfang immer und immer wieder durchgekaut hatten, bis sie es selbst nicht mehr hören konnten. Nichts von dem existiert schwarz auf weiß. Wir können nichts belegen. Doch er kann uns mit dem untergehen lassen, was da unten schlummert. Ron zuckte mit den Schultern. Uns bleibt einfach keine andere Wahl. Tja, dann können wir wohl nur hoffen, dass es nicht ganz so schlimm kommt, sagte Susan. Oder vielleicht sollten wir darauf hoffen, dass es ganz schlimm kommt, damit wir angenehm überrascht werden, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Ja, vielleicht sollten wir das so machen, stimmte Ron seiner Frau zu. Im gleichen Moment brandete im Fernsehen tosender Jubel auf, der so punktgenau einsetzte, als spendeten die Leute Susan und ihm für ihren Entschluss Beifall. Das Gegenteil wäre wohl eher der Fall gewesen, wenn sie die Wahrheit gekannt hätten. Erstes Kapitel, in dem gleich zwei ungewöhnlich gute Angebote unterbreitet werden. Drei, zwei, eins, tadaa, rief die Künstlertruppe im Chor. Dann zog Bell Star das Tuch von der Fassade. Zum Vorschein kam der Schriftzug Homegrown Stuff, der über dem Eingang des Landmarkts noch viel besser wirkte als auf dem Papier. Wie bei dem Entwurf, den Nathalies Freund Fred angefertigt hatte, wurden die einzelnen Buchstaben aus einem Geflecht aus Wurzeln, Ranken, Knollen und Blättern in allen Größen und Formen gebildet. Das erweckte den Eindruck, als wäre der Name ganz natürlich gewachsen. Der einzige Unterschied, der das Werk noch um einiges besser machte, war die Tatsache, dass nun alles dreidimensional umgesetzt worden war und man als Betrachter den Schriftzug aus verschiedenen Blickwinkeln unterschiedlich wahrnahm. Wow, ihr habt euch selbst übertroffen, rief Natalie begeistert und applaudierte stürmisch. Ihre Freundin Louise Cartham schloss sich dem Applaus an, ebenso Ronald Strattner, der für die Region um Earl's Raven zuständige Constable. Ebenfalls zur Enthüllung des Schriftzugs gekommen waren an diesem Donnerstagvormittag der Gerichtsmediziner Jean-Louis Tarraja, kurz J.L. genannt, der erst vor einer Weile nach Earl's Raven gezogene Rechtsanwalt Martin Lesepnik und die Buchhändlerin Paige Rittinghouse. Umschwört wurden beide Gruppen von Jessed Newton, dem jungen Lokalreporter, der kürzlich wiederbelebten Regionalzeitung Raven Times, der Dutzende von Fotos schoss, um eine möglichst große Auswahl an Motiven für die nächste Ausgabe zusammenzubekommen. Belle, die sich passend zum Anlass die langen bis über die Hüften reichenden Haare moosgrün gefärbt hatte, verneigte sich. Ihre Kollegen fassten sich untereinander an den Schultern und reagierten ebenfalls mit einer tiefen Verbeugung auf den anhaltenden Applaus. Fred zwinkerte Natalie zu, auch sein strahlendes Lächeln galt nur ihr. Seine Ähnlichkeit mit Mark Bolin war umso verblüffender, je länger seine Haare wurden, doch zum Glück hatte Natalie nie einen Bezug zu dem vor langer Zeit verstorbenen Sänger gehabt, ausgenommen den, das ihre Mutter in ihrer Jugend für ihn geschwärmt hatte. Für Natalie war damit klar, dass es nicht die Ähnlichkeit mit einem Star war, die den Mann für sie so attraktiv machte, sondern der Künstler Fred Ustere selbst. »Miss Ames?«, begann Jessed, als er zu ihr kam, nachdem sich der Applaus gelegt hatte und alle in kleinen Gruppen zusammenstanden und sich unterhielten. »Können Sie mir schon sagen, wann Sie eröffnen werden?« Natalie fuhr sich durch die Haare, die ihr bis auf die Schultern fielen und damit so lang waren wie seit ihrer Schulzeit nicht mehr. Obwohl sie sich mit dem viel kürzeren Haar in ihrer alten Heimat Liverpool immer sehr wohl gefühlt hatte, hatte die aktuelle Frisur für sie etwas unerklärlich Befreiendes. »Ich würde es Ihnen gern sagen, Jessed, aber ich weiß es noch nicht. Unsere geniale Künstlertruppe ist im Augenblick noch rund um die Uhr damit beschäftigt, das Innenleben des Marktes zu gestalten. Doch das ist ein, na, wie soll ich es ausdrücken, das ist mehr ein künstlerischer Prozess als ein handwerklicher und da kann ich keinen fixen Termin bis beispielsweise nächsten Freitag setzen. Da muss ausprobiert werden, welche Materialien am besten geeignet sind, was robust ist und was nicht und so weiter. Das kann in zwei Wochen fertig sein, wenn alles gut läuft, vielleicht jedoch auch erst in zwei Monaten. »Aber ich nehme an, die Landwirte aus der Region sind auch schon ungeduldig,« wandte der junge Reporter ein. »Was sagen Sie ihnen?« »Ja, richtig, doch Ihnen kann ich auch nichts anderes sagen, außer dass der Markt fertig ist, wenn er eben fertig ist,« entgegnete sie schulterzuckend. »Allerdings werde ich Ihnen rechtzeitig Bescheid geben, schließlich wollen wir ja auch bei Ihnen Anzeigen schalten, damit die Kunden wissen, wann genau es losgeht.« »Danke, Miss Ames,« meinte er, »ich muss jetzt noch die Künstler befragen.« »Tun Sie das,« erwiderte sie und sah ihm hinterher, wie er zielstrebig auf Fred zuhielt, der aus der Truppe genauso herausstach wie die grünhaarige Belle, gegen die die anderen fast schon farblos wirkten. Das war zum Teil jedoch auch ihre eigene Schuld, da sie vorzugsweise Fred reden und Belle Ideen und Konzepte präsentieren ließen. »Und, macht Jasset seine Arbeit gut?« Natalie drehte sich um und sah Louise auf sich zukommen, ihre Köchin im Blackfeather und inzwischen auch zweifellos ihre beste Freundin. Wegen ihrer kurzen grauen Haare fühlte Natalie sich bei ihrem Anblick immer an Judi Danch erinnert, obwohl Louise' Gesicht feiner geschnitten war und, was das anging, eher an Helen Mirren denken ließ. Die zwei Vergleiche waren aber auch noch aus einem anderen Grund sehr treffend für Louise, denn die Schauspielerinnen hatten beide schon Rollen gespielt, die im Geheimagenten-Milieu angelegt waren, während Louise tatsächlich beim Geheimdienst gearbeitet hatte. Bei welchem war zwar nach wie vor ihr Geheimnis, doch wie sie selbst immer sagte, war ein Geheimdienst in dem Moment nicht mehr geheim, in dem sein Name bekannt war. Irgendwann würde Natalie es ihr aber vielleicht doch noch entlocken. »Bislang würde ich das schon sagen«, antwortete Natalie. »Allerdings waren das bisher auch noch keine weltbewegenden Anlässe, über die er berichtet hat. Was soll er schon über unseren Landsupermarkt schreiben, wenn ich ihm noch kein Eröffnungsdatum nennen kann? Er kann seine Leser nur mit einem Bericht über das Konzept und mit Andeutungen hinhalten, was unsere Künstlertruppe aus dem Ladenlokal macht. Es soll ja nicht alles im Voraus verraten werden. Womöglich ist das sogar besser für ihn«, bemerkte die Köchin, während sie sich umdrehte, um einen Blick auf den Jaguar zu werfen, der in diesem Moment auf der anderen Straßenseite anhielt. »Dann wollen die Leser auch mehr von ihm erfahren und er lernt vielleicht, wie man eine entscheidende Information einsetzt, um maximale Aufmerksamkeit zu erlangen.« Aus dem Jaguar stieg ein Mann aus, der nach einem Versicherungsvertreter oder Banker aussah. Ordentlich gezogener Seitenscheitel, moderne Brille, glatt rasiert, dazu einer dieser modernen Anzüge, die selbst dann zwei Nummern zu klein aussahen, wenn der Träger von schmächtiger Statur war. Louise schüttelte den Kopf. »Dieser Blauton sieht eher so aus, als hätte man einem Schlumpf das Fell über die Ohren gezogen«, haunte sie Natalie zu und deutete mit einem vielsagenden Blick auf den Jaguar-Fahrer, der noch eine Aktenmappe aus dem Kofferraum holte und sich suchend umsah. Natalie seufzte leise. »Ich verstehe manche Leute nicht. Das war schon in der Werbeagentur in Liverpool so, in der ich gearbeitet habe. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen hielten es für nötig, jeden modischen Unsinn mitzumachen, auch wenn es ihnen gar nicht stand. So wie dieser Zwergenanzug da. Garantiert schweineteuer und zum Dank sieht man aus wie ein Hampelmann. »Und er will ganz sicher zu dir«, fügte Louise an. »Brauchst du Beistand?« »Wieso, willst du mich im Stich lassen?« »Nein, aber ich möchte unseren eifrigen jungen Reporter davon abhalten, sich auf unsere Kosten zu profilieren«, antwortete die Köchin im Weggehen. »Er verschwindet nämlich gerade in Richtung Hintereingang. Nicht, dass er einen Weg in den Markt findet und die Stände fotografiert, obwohl sie so nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.« »Oh ja, guter Gedanke, Louise. Ich werde mitge...« »Miss Ames?« rief in dem Moment der Jaguar-Fahrer laut genug, dass Natalie nicht mehr hätte behaupten können, ihn nicht gehört zu haben. Sie hielt mitten in der Bewegung inne und drehte sich zu dem Neuankömmling um, der ihr nichts Gutes zu verheißen schien. »Ja, ich heiße Frank Vaughn«, stellte er sich vor. »Mein Name sagt Ihnen vermutlich nichts, aber das ist nicht schlimm. Ich arbeite für verschiedene Auftraggeber, um für sie Verkaufsverhandlungen für gewerbliche Immobilien zu führen.« »Aha«, mehr sagte Natalie nicht. Doch das musste sie auch nicht, denn Vaughn war ganz eindeutig nicht der Typ Geschäftsmann, der erst noch darauf wartete, von einem potenziellen Kunden zum Reden aufgefordert zu werden. »Das ist Ihr Projekt?«, fragte er. »Ja, ein Landmarkt«, erwiderte sie. »Ein Supermarkt nur für landwirtschaftliche Produkte aus der Region. Nichts Importiertes, nichts Genmanipuliertes, nichts aus Massentierhaltung.« Untertitelung des Singen und Investors Vielen Dank.